Ja, für die dieswöchige Fotoherausforderung braucht ihr diese Location und dieses Auto. Wie ihr das bekommt, zeige ich euch ganz kurz in diesem Video. Willkommen zu einem weiteren Video bei TORCHE TV. Zunächst mal braucht ihr den Mitsubishi GTO von 1997. Dann geht ihr hier auf die Karte und hier oben am Berg, wenn ihr da mal näher heranzoomt, seht ihr hier das Grand Telescopio. Und da müsst ihr hin. Kurz hinbeamen. Und dann einfach wieder Steuerkreuz nach oben. Da seht ihr das Teleskop, Steuerkreuz nach oben. Dann kommt ihr in das Menü. Kurz A drücken und schon ist die Geschichte erledigt. Tja, wenn euch das Video gefallen hat und was gebracht hat, lasst mir ein Like da. Einen Kommentar freue ich mich immer. Habt euren Spaß und ich hoffe, man sieht sich mal bei Forza. Bis denn dann, euer TORCHE TV. Bis dann, euer TORCHE TV.